Die Abwasserkanalisation ist ein wichtiger Bestandteil unserer Infrastruktur. In Deutschland hat das öffentliche Kanalnetz eine Länge von ca. 540.000 Kilometern. Die privaten Entwässerungsanlagen sind insgesamt über eine Million Kilometer lang. Wichtig für ein funktionierendes Abwassernetz sind der Unterhalt und die regelmäßige Kontrolle. Für die Kontrolle der verzweigten Liegenschaftsentwässerung hat unsere JT, die Lindauer Schere, ein abbiegefähiges Inspektionssystem entwickelt, mit welchem die Abwasserleitungen auch erstmals gesamtheitlich gereinigt werden können. Die patentierte Lindauer Schere ist eine abbiegefähige Farb-Drehschwenkkopfkamera mit zurückfahrbarer Leitverrichtung für die Erfassung und Dokumentation von verzweigten Entwässerungsanlagen. Die freie Sicht auf Rohrverbindungen und Schäden ist ohne eine vorstehende Leitverrichtung möglich. Wenn aber mit der Kamera untersucht und mit der Wasserhochdruckdüse gereinigt wird, dann sollte auch die Lage in den XY-Koordinaten und in der Z-Achse, also mit dem Höhenverlauf, vermessen werden. Die Software dazu heißt ASIS und wird durch einen elektronischen 3D-Lagesensor, der in der Kamera eingebaut ist, unterstützt. Die gemessenen und durch die Software verarbeiteten Signale ergeben einen maßstäblichen Lageplan der gesamten Entwässerungsleitungen. Egal ob Schmutz-, Regen- oder Mischwasserleitungen. Auch bei Drainagen kann die genaue Lage elektronisch mit der Kamera vermessen werden. Die Vorschubtechniken unterscheiden sich zwischen manuell und mechanisch. Die mechanischen Vorschubsysteme sind in der Länge begrenzt und die Ablagerungen im Rohr behindern eine detaillierte Zustandsbeschreibung und führen oftmals zum Abbruch der Untersuchung. Über den HD-Vortrieb können wesentlich längere Strecken untersucht werden und die Leitung wird von Fäkalien, Rückständen und Ablagerungen gereinigt. Mit dieser Vorgehensweise werden auch die Kosten der Kontrolle reduziert, da sich unter anderem die Rüstzeiten vermindern. Eine gesamtheitliche, zuordnbare Kanaluntersuchung ist das Ergebnis. Viele Kommunen schwören schon auf diese bürgerfreundliche und preisgünstige Umsetzung. Die Lindauer Schere ist dafür das ideale System.